Riders ready und auf Flammen steht der Kreativbrück in Galdorf. Der Volk 75er hat fast den besten Stoff für uns. Selabor Witte heisst er den 2er in der Serie. 2 Tage Home Run. Der 07er im Moment an der 2. Position. Der Liedermatt Ceyron. Carbac Quinteturm beschlossen. Nummer 2. Und das ist der Runde hier. Der Runde ohne Chopping. Wir schauen alle Klasse in der Runde. Hopp Cyril! Hopp Cyril! Hopp Cyril! Der Leuremaul geht hinein. Er führt zum eigenen Kursen. Oioioi, das wird noch eine vor mir. Leurematt Ceyron durch das NZ International. Sehr erfolgreich. Wir haben den Streit heraufutt. Tief! 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 Und das Ende kommt er an. Bravo!